ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ach seine Meine deine Ich zerstere jetzt noch den Bomber Den hab ich Oh Mann Ich grade an die AA gegangen Hier ist ein Pferd drinne Hier war wieder mal ein Pilot auf dem Pferd In C Oh mein Gott War mir nie passiert als ich Die nächste Bombe angeflogen Hier unten verletzt dich mal, ich brauch Punkte Hast du den kleinen Amokick gewechselt Basti Oh du schießt Amok Kommt ein Tank rein Was zur Hölle macht Dieses Car hinter mir Die Mä trennt echt aus dem Cap raus nur um zu sterben Ja Das ist der Level Nuller Der armer Level Nuller Ich hab ihn so low geschossen Einer ist noch an den Treppen Er war nett Oh mein Gott wie viele Nades Das sind ja vier Leute Ja Er hat noch ein Light Tank guys Die kam perfekt dann als sie pushen wollte Was da Eine Triple Nade Oh und ein Double Kill Was passiert Was passiert Was passiert Stirb ihr Ratten alter Auf gehts Light Tank Turn Wartet Hat nur halbe Leben Wow wir haben hier reindrückt Hunger Alles down Er hat unser Typ nen Hauwitzer Auf C sind werfen Ja Da ist wieder Dynamit Typ Fuck you alter Obendrauf Ne unten Ds4 Oh what the fuck Wow der hat mich einfach fasst Motherfucker Wake in du Motherfucker Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Wuhh Wird auch low aufm Dach Wird auch low aufm Dach Bei der Mutter oder was Der Mutterfucker Ne ne ich spiel grad Storm Ah Alter Die sind im G5 Die sind Storm Stark Boah Du bist oben Ah ne Jetzt sind's miss runtergefallen Der hat mich verschrieben Der hat mich verschrieben Der hat mich verschrieben Ah Der kommst du nicht hoch Nope Nol Der wurde oben an der Treppe gerafft Der wurde oben an der Treppe gerafft Hast n Leben für mich Ah GD Ähm von da hinten Und jetzt von der anderen Seite auch noch GD Hors auf der Map ist einfach so bescheuert Beste zum Horsspielen fast Max You can do it Jeze Jeze Oh Ich schreck mich nicht so Sei fucking ernst man Frederic das ist ein Heavy Tank Jetzt geht's ab Horek Dann brüch noch mal Du bist gar nach der Flagge Okay Ich weiß Wundervoll Der Bomber kommt Oh Nein Der Bomber gibt aber keinen F*** dass ihr da seid Der schießt lieber alle seine Bomben aufs Dach Oh naja Best of Aquarius Und da kommt ein Panzer auf A Von A auf B oder? Ich weiß es nicht Ich hör nur das auf A rumfährt Wo ist denn der? Wo ist denn der? Oh Gott Ich bin blind Weirdest fucking bug What the f*** Der sag halt was es ist und Ah jetzt ist es wieder normal also Nee Okay Hallo Keine auf A Keine auf A Gehen wir gleich mal Richtung sporen Okay Das ist wieder so wie die eine Runde wo ich 80-2 hatte als Cavallerie Gib dem Versorger Munition Oh Alter Die Headshots Laufen Ach scheiße wieso Ach Töp war ja Bomben Aha Natürlich Ah Trance Gib dem auf die Rance Nur Headshots Alter Oh dacke Ja der hat halt lang geschrieben Ich hab ihn jetzt ja schon 4 Kills gemacht Das hat er wirklich lang gebraucht Ach jetzt hat er abgedatet Hey du blöder Denk Ich bin hier Der Oberkass verlangt jetzt hier Der fährt weg Er hat Angst vor mir Oh nein Von hinten Von hinten Ah ich hab ihn Von hinten Ganja Wie ist er eine Ja bin spannend Drei Leute Sind late Frederic Ja Ich treffe ihn nicht, ja ich gehe auf 10 Unter Mörser Ok jetzt wurde ich gekillt Aufnehmen Aufnehmen Ja Zehner Killstrick Nee richtig abgefuckte Bug Wird eh nicht hochgeladen Bitte lass wieder normal sein Fuck auf immer noch Echt Frederic, wie immer noch Der Bug ist immer noch Fuck genau jetzt spawnt da hinten halt n Heavy Kids Da kann ich dir nichts gegen tun Help me Auf einmal haben sie alle gefliegt einfach Habt ihr den Heavy auf der Flagge schon? Ne da ist er Euer 1000 Nades kommen Wie einfach neben dem einen stand und nachgeladen hast Na gut Ja Die Wunde läuft nicht Nochmal gas Hatte ich die falsche Waffe Bitte lass den Bug jetzt weg sein 312 Higgs Oh nein getötet Oh nein getötet Oh nein getötet Komm links gleich Ich habe die Auf einmal Ich habe die Auf einmal Ich habe noch Ich habe die Und ich habe die Auf einmal der kohlen wir drüber rennen wir die es für den genug ich nicht was sind das für frame drops warum grafikkarten ja immer noch mach mal wenn die weiß er war das probiert ich habe 1 2 3 4 probiert bekommen dass sie noch mal ausgelassen das war das eigentlich nicht auslöschbar bei zwei bei 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 ist jetzt auch geklappt so wie bei mir ich gebe den gegnern gerade nur headshots ich farme die kraft von hier der vergisst das ich stehe zwei meter von mir auf den boden keine ahnung stehe hier hinten und hab nur kill gefangen 90er hinten oder so was hinter mir ja ich habe gerade zu viel kitz gemacht ich hätte auch gar nicht eben botte 15 leute geholt grad die links gespawnt sind der schatz schlägt da richtung ich hier die richtung c tot falls jemand da an diesen runden dingen ja muss nicht kommen sonst bohren sie aber das lief jetzt sterben ok macht schon jemand bei dem wirklich hängen geblieben ja oh mein gott wie viele da oben sind da komm ich mir jetzt zurück ich liege nie wieder teammate gas alter und jetzt nicht angehittet naja gib mir jetzt schon wir sollten hier weg da drüben scheiße versperren ach da liegt der ach da liegt der wer weiß es denn denn die wieso muss der typ immer so viele buchstaben doppelt oder dreifach schreiben naja und der ist einfach nur retarded der nicht lol alter ich will dich hier hinlegen man ja die gegner ist doch so bot-like anzimmer zerkammern so nur gegen raken also ich hab das jetzt zweimal la catch-rope bekommen ich hab die mir jetzt erschossen wenn du ihn durchschlaufen willst das war kein guter ritt das war kein guter ritt lol das stand ehrlich vor mir wow wow du hast die welt gerettet wow du hast die welt gerettet wow ah danke Basti ah der GGC ist angecapt ja oh mein gott ich hielt den mit meiner medicwaffe exemplo der behemoth kommt halt exakt über C das war jetzt brauchst du keine ammo mehr In welchem Fall. Und gleich durchrennen. Pre-Fired halt. NOL! Der ist ein Gegner. Das bohime Pre-Fire, ey. Schießt er die ganze Zeit nicht auf uns, wenn wir durchrennen, aber dann da hinten. Der hat's geschossen, bevor ich da rauslaufe. Ach fuck, hab vergessen zu schießen auf den. Der kommt, der fliegt jetzt nochmal, Max. Ach, ich mach das dann. Ehhh... Wo ist Frederik Graz? In der Nähe? Kann man irgendein? Random kommt vielleicht. Weil ich komm. Okay. Wie kann man so schreien, wenn das einem peinlich ist? Ich hab den Kerl dreimal schon, Alter. Da unten bei dem Baum. Und wo spawnen die auf der Flagge? Überall. Zur Not, ja. Ja. Wird die Team jetzt wieder flamen? Ja, der flannt alles. Ich weiß noch was denn. In den letzten paar Minuten geschrieben war die ganze Zeit. Ach, von links, von Richtung E. Ja, der liegt da auf dem Boden. Gespottet. Direkt vor der Mauer. Ja. Ja. Oh, die Spons verdienen auf Esel, will ich mal jetzt. Kann man so schreien? Wieso schreibt man nicht... Dass das eigentlich peinlich ist. Ultra unangenehm. Und wieso schreibt man Depp immer mit B? Ja. Oder schreibt man das mit B? Ja, das ist halt wahrscheinlich so eine Person, die so ein Gottkomplex hat. Niemand kann besser sein wie ich. Du zum Beispiel. Ultradazist. Kann man zu ihm... Gebt ihm einfach nur ein Leerzeichen. Ja. Oh. Wow. Oh scheiße, ey. Jetzt hat er mich enttarnt. Jetzt hat er dich. Jetzt hat er dich an den Eiern. In den Ex. Noooool. 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 Wieso? Wir haben Wimbi... Wimbi macht er aber gleich einsteig da. Der eine Squad Punkt 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 Punkt. Siehste? Nimm die Prämie. Was? Hilfe! Das ist ja noch von euch hier. Okay, passt. Oben links hat Loh. Von hinten. Von irgendwo. I don't know from where. Ich muss das. Oh, da sind wir. All dank enemies, Alter. All dank enemies, Tod. Oh, der hat kassiert, der Mist. Jo, der lag da auf dem Boden. Kopf weg. Der hier ist. Ich wegen einem Squad. Das ist immer so. Muss nur einem Squad joinen und schon 54 zu 1. So. Warum kann man nicht über dieses scheiß ungefallene Bäumchen da drüber springen, Alter? Das gibt mir so hart. Das sind genauso wie die Palmen auf Suez. Ja, lag da. Er legen halt alle auf dem Boden wie Ameisen, Alter. Mich schreibt halt niemand mehr was. Mich schreibt ein Typ an. Ich hab erst mein Game tippt raus. Grafik geht richtig schlecht. Was war mit? Oh, jetzt hat er... Jetzt hat er gar keinen doppelten Buchstaben verwendet, hä? ich verstehe gar nicht mehr was er uns mitteilen will nah seitdem gar nicht mehr so viel nachdruck verdient topo kleine schwanzlische er braucht mal schläge von seinen eltern da kommt heavy tank ungenuss oh mein gott mein aim what the fuck mach ich ich habe ihn auch nicht gehit jetzt ich habe noch einer gewesen ich habe 20 schuss vorbeigehabt ja ich sieben verhältnis Moment, du hast mit dem Sniper sieben Schüsse vorbeigehabt. Mit der Piste. Ah, okay. Ja, mit dem Sniper sie ist mir auch so viel Lütte. Oh, er hat einen Sniper, Jungs. Ich glaub ich nicht mehr. A und B, können wir hier machen? Lager! Holy shit! Erhurt, Hunde. Hier, nachher nicht. Dieser. Das ist Trainingslager. Dieser. Die soll, glaub ich, vorbeigehen, dass wir level uns dann. Scheiße! Fuck, einer soll... ...verkaut vielleicht. Vote Band Turbo Egg. Yes! So weit ist es schon. Also sowas dummes habe ich noch nie jemand geschrieben. Ein bisschen im Spiel. Dass sie mich echt Vote Band sollen, Alter. Doch. Wir hatten schon mal Leute, die Vote Kick oder Vote Band reingeschrieben haben. Echt? War ich ja dabei. Mhm. Ja. Äh, fährt, fährt, fährt. Oh, der, der mir jetzt gerade fast mich gefällt. Ja! Dritter Knife in einem Leben. Aber am wichtigsten Fertscope, Alter. Am wichtigsten Fertscope, Alter. Enemy Pre-Made Hacking. Da sind das Pre-Made Hacking-Squads. Und da drücken in meine Richtung. Rechts bei mir sind da viele Leute hinten. Aaaahhhh. Oh, da ist ja noch einer in der Ecke. Was denn? Machst du solche Leute, Mann? Ben. Ohne Witz. Legen sich alle auf den Boden, Alter. Legt er die 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 auf den Boden, Alter. Oh Gott. Und zu früh, Alter. Da ist es. Da ist es. Ah, Leben. Da ist es schon. Alter, wie die Kasschen. Wie die waren da? Nicht genug. Rolf. Nach D, oder? Jetzt kämen wir nämlich voran. Ja. Und sich nicht mehr zurückzulaufen. War das easy. Draufpuschen. Bei Captain D schon wieder. Festbomber EU einfach nur. Nein, ich bin down. Get me. Nice. Ja. Protect me. Wow. Von hinten. Hä? Von hinten? Ja, von da hinten zu bekommen. Was nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Was drückt mir? Nein, Freunde. Rechts von meinem Body. Ah. Ja, ja. Da ist eine gebellt neben euch. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, ich stehe noch neben dem Gegner. Ich hab's überlegt. Ich hab's nicht mal höchstens KD in dem Spiel. Was denn das? Hallo. Hallo. Ja, das reicht, Alter. Das war gut geraped. Haha.